Aktuelle Crash-Tests werden nach der europäischen NCAP-Norm mit 64 kmh durchgeführt. Das entspricht der Aufprallgeschwindigkeit eines mit 100 kmh fahrenden Kraftfahrzeugs, dessen Fahrer ein entgegenkommendes Fahrzeug erkennt und 50 Meter vor dem Aufprall eine Vollbremsung einleitet. Solche schlimmen Unfallbilder zeigen, was passiert, wenn man zum Beispiel aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit höherem Tempo kollidiert. Erhöht man das Tempo nur um 10 kmh von 100 kmh auf 110 kmh, beträgt die Aufprallgeschwindigkeit in der gleichen Situation bereits 80 kmh. Der ADAC demonstriert in diesem Test, was ein Aufprall mit 80 kmh bedeutet. Zum Einsatz kommt ein Fahrzeug, das beim NCAP-Test mit der Bestnote von 5 Sternen abgeschnitten hat. Bei diesem Test mit 64 kmh bleibt die Fahrgastzelle stabil und die Insassen sind optimal geschützt. Der folgende Crash-Test des ADAC entspricht exakt der NCAP-Norm, nur ist die Aufprallgeschwindigkeit auf 80 kmh erhöht. Im Fahrzeug sitzen außer zwei Erwachsenen noch zwei Kinder. Dieser Versuch mit 80 kmh soll zeigen, inwieweit das Verletzungsrisiko bei einem Unfall ansteigt, wenn man nur etwas schneller fährt auf der Landstraße zum Beispiel. Schon in der Realzeit ist das Einwirken deutlich höherer Kräfte sichtbar. Beim Studium der Zeitlupenaufnahmen wird erkennbar, dass die Fahrgastzelle an ihrer Belastungsgrenze angelangt ist. Auch die körperliche Belastung der Insassen steigt stark an, denn diese werden jetzt in einer kürzeren Zeit aus einer höheren Geschwindigkeit abgebremst. Der Airbag kann jetzt nicht mehr verhindern, dass der Fahrer auf das Lenkrad schlägt. Die Knie treffen Instrumententafel und Lenksäule. Ähnlich ergeht es dem Beifahrer, der ebenfalls das Armaturenbrett touchiert. Für die beiden Kinder besteht durch die hohe Fahrzeugverzögerung starke Verletzungsgefahr im Brustbereich. Die Fahrertür war anschließend nur mit Gewalt zu öffnen, was eine Rettung erschwert hätte. Erhebliche Knie- und Beinverletzungen wären unumgänglich. Bei der Untersuchung der Karosserie zeigte sich, dass die Fahrgastzelle kurz vor dem Kollaps stand und bereits Schweißnähte eingerissen waren. Zu sehen ist, dass die Fahrgastzelle bereits anfängt sich zu deformieren. Die A-Säule ist stark deformiert, der Schweller knickt auch schon leicht aus. Noch ist die Fahrgastzelle intakt, der Insasse ist noch geschützt. Die Belastungen für den Insassen durch die starke Verzögerung sind natürlich auch wesentlich höher als beim Crash mit 64 kmh. Auch in sehr sicheren Fahrzeugen sind die Insassen nicht unverwundbar. Fahrassistenzsysteme können den Lenker zwar unterstützen, sind aber bestimmt kein Ersatz für eine umsichtige Fahrweise. Bei erhöhter Geschwindigkeit, bei überhöhter Geschwindigkeit verlängert sich der Bremsweg. Das heißt also, man schafft es nicht mehr vor dem Unfall die Geschwindigkeit zu verringern. Und durch die höhere Aufprallgeschwindigkeit steigt natürlich das Verletzungsrisiko enorm. Das heißt also, Geschwindigkeitsbeschränkungen auf der Landstraße sollten auf alle Fälle eingehalten werden. Das heißt also, Geschwindigkeitschränkungen auf alle Fälle eingehalten werden. Das heißt also, Geschwindigkeitschränkungen auf alle Fälle eingehalten werden. Das heißt also, Geschwindigkeitschränkungen auf alle Fälle eingehalten werden.